Ja, hallo Leute. Es ist los. Ok, Popcorn haben wir uns schon besorgt, haben wir jetzt in der Hand. Ey, ich will hier mein Popcorn essen. Ja man, ihr könnt starten, Junge. Den Film braucht man nicht starten, den kann man gar nicht starten. Dann stelle ich mich vor die Kamera. Hallo, hallo. Willst du auch ein Popcorn abhaben? Nö, danke. Ich habe selber welche noch mit. Achso. Der fängt gleich an, das dauert immer so richtig lange. Juhu, gleich geht der Film los. Ich gebe den Startschuss. Ja. Ja. Aber warte. Gefängnis. Ja, es geht los. Raketenbasis. Tätet. Nee. Tätet. Nee. Tätet. Ich mache meinen, oder? So. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall geil. Und, den Hü-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Und so. Es geht los. Es geht los. Oh. So. Einmal haben wir hier von Fluch der Karibik Musik da drin Dann haben wir hier noch von Alan Walker die Musik drin In sein Gewicht, ey Dann zwei Headshots Oh Scheiße Jetzt kommt die Polizei, hast ja toll hingekriegt Jetzt bist du im Gefängnis Jetzt bist du im Gefängnis Jetzt ist er glaube ich schon wieder zu Ende Also sehr sehr kurz, aber du hast es verstanden ne? Warte Ist er wirklich schon zu Ende? Er darf Nein, ich hole mir kein Popcorn mehr Ich hole mir keins mehr Ich hole mir keins mehr Und Bye 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 Bye